So, willkommen zum nächsten Tutorial. Heute geht es um geheime Zeichen. Das heißt aber nicht, dass ihr hier irgendwie bei der Verschwörungstheorie gelandet seid, sondern tatsächlich, es geht speziell in Office Word, auch in fast allen anderen Office-Anwendungen, um Zeichen, die da sind, die man aber nicht sieht, Zeichen, mit denen man gute Formatierungstricks machen kann und auch die gefürchteten Sonderzeichen, die Apostrophen, die Akzente, die CDs, was es nicht alles gibt. Wir haben hier schon das erste Beispiel. Ich habe hier so eine tolle Überschrift in der Mitte. Die ist jetzt blau, die ist groß und so weiter. Schaut toll aus. Jetzt will ich die irgendwie einrücken. Jetzt klicke ich da hin, bewegt die sich so ein bisschen. Jetzt auf einmal bewegt die sich aber ganz große Stücke. Was ist denn da los? Jetzt klicke ich hier hin und dann bewegt die sich aber wieder kleine Stücke. Und ist die jetzt genau in der Mitte? Ich weiß ja nicht, was genau passiert hier. So, hier oben gibt es dieses Zeichen hier, dieses Symbol, das sieht aus wie ein umgedrehtes P. Man nennt dieses Zeichen eine Absatzmarke. Das klicke ich jetzt an. Und was sehen wir hier? Ja, da ist ja ein Haufen Gemurks drin. Das will ich doch so gar nicht. Was macht denn das hier alles? Diese runden Kreise sind Leerzeichen. Jetzt sehen wir, die haben sogar verschiedene Schriftgrößen und verschiedene Schriftarten manchmal. Sogar irgendwo ist ein Times New Roman Leerzeichen drin. Vielleicht habe ich es jetzt aber auch rausgelöscht. Die brauchen wir alle nicht. Was ist jetzt das Problem? Wenn ich mich jetzt irgendwie verklicke, dann haut es mir ganz schnell, wenn ich so arbeite, meine komplette Formatierung durcheinander. Das sind dann immer die Leute, die zu mir kommen. Sofie, 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 ich habe irgendwas kaputt gemacht. Jetzt geht das alles nicht mehr. Alles verrutscht dauern. Ich klicke immer zuerst auf diese Taste da oben. Und dann sehe ich sowas. Dann mache ich das weg. Was wollen wir nämlich haben? Wir wollen, dass diese Überschrift in der Mitte ist. Ein Klick, schon haben wir es. Und wir möchten, dass davor ein Abstand ist. Zack. Das reicht. Mehr brauche ich eigentlich nicht tun. Und ich kann es mir natürlich noch leichter machen. Denn was ich jetzt immer noch habe, ist, ich habe die Schriftgröße und die Schriftart alles von Hand eingestellt. Stattdessen nehme ich jetzt hier den ganzen Absatz und sage, du bist Überschrift 1. Jetzt schaut es erstmal wieder anders aus. Aber passt mal auf. Seht ihr was? Je nachdem, welche Formatvorlage ich nehme, verändert sich die Überschrift. Und wenn ich ein komplettes Dokument habe, verändert sich das komplette Dokument. Wenn mir das jetzt alles nicht gefällt, dann gehe ich jetzt auf Ändern und sage, ich hätte gerne, dass meine Überschrift 1. Ordnung, Schriftgröße 28 ist. Und bitte Times New Roman. Und dann stelle ich das ein. Und der Vorteil ist, jetzt möchte ich, dass das auch der Überschrift 1. Ordnung ist. Zack. Ach ja, ich wollte ja noch was. Ich wollte ja auch noch, dass es in der Mitte ist. Absatz mittig. Zack, beide Überschriften sind in der Mitte. Ohne irgendwelchen weiteren Zauber. Und jetzt bin ich nochmal ganz frech. Jetzt möchte ich nämlich, dass meine Überschriften nummeriert sind. Und da schau her, meine Überschrift 2. Ordnung hat jetzt automatisch die Nummer 2.1. Das war Lektion 1 in den geheime Zeichen. Absatzformatierung nennt man das. Teil 2. Haha, automatische Nummerierung. Die sogenannten Tabulatoren. Was ist ein Tabulator? Ein Tabulator, dazu zeige ich euch die Bildschirmtastatur. Und, Tabulator ist hier diese Taste, die enthält auf den meisten Tastaturen, die man so kaufen kann, 2 Pfeile. Einer zeigt nach links, einer zeigt nach rechts. Wenn ich einen Tabulator drücke. Na? Ah, das geht hier mit der Bildschirmtastatur nicht. Macht Sinn, weil ich da nämlich etwas mehr klicken muss. Ich drücke jetzt auf meiner normalen Taste, da drauf. Oh, es hat automatisch formatiert. Das machen wir gleich wieder zurück. Och, komm. Ich mache erst einen Abstand rein. Tab. So. Dieser kleine schwarze Pfeil hier, das ist ein Tabulator. Ihr seht schon, den gibt es hier oben auch. Und hier auch. Der Tabulator ist ein automatischer Abstandshalter. Jetzt gibt es natürlich die tollen Leute, die sagen, haha, so kriege ich mit nur drei Fastendrücken meine Überschrift in die Mitte. Ja, ist ganz toll. Glückwunsch, Leute. Schaut mal her. Klick. Brrrr. Da sind wir. Hier ist jetzt so ein Häkchen. Dieses Häkchen heißt Anschlag links oder Tabstop links. Ist toll, ne? Jetzt will ich es aber doch mittig. Zack, Mitte. Lange Überschrift. Die ist immer exakt mittig ausgerichtet. Oder natürlich, ich mache das ganz anders. Und mache so einen hier. Wie gesagt, das soll bitte hier enden. Jetzt habe ich nur ein Problem, jetzt ist der noch drin. Jetzt könnte ich hier auch zurückgehen, ist aber doof. Stattdessen Doppelklick. Und hier zeigt es mir alle an, die ich gesetzt habe. Jetzt könnte ich entweder sagen, der soll einen Anschlag rechts haben. Oder, ich habe ja schon einen rechten Anschlag gemacht. Den hier löschen. Okay. Jetzt habe ich nur noch dieses schwarze Häkchen. Und das schwarze Häkchen macht, dass alles, was ich hinter diesem Tabulator geschrieben habe, hier drüben anschlägt. Oder auch hier anschlägt. Oder hier anschlägt. Ich sage anschlagen, weil der Anschlag war der alte Begriff früher von den analogen Schreibmaschinen. Ist natürlich super praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Auswahlübung habe als Lehrerin oder für ein Arbeitsblatt was möchte. Zum Beispiel habe ich hier Option 1. Kopiere ich mir jetzt, dass ich nicht so viel schreiben muss. Tabulator, die soll bitte mittig, jetzt bin ich hier in den Sonderzeichen, durchklicken, einfach so lange klicken, bis wieder das Richtige da ist. Mittig hier. Option 2. Anzieh, Formatierung, anpassen, habe ich jetzt geklickt. Und mache natürlich 2. Und Tabulator. Jetzt sind wir am rechten Anschlag. Option 3. Wieder die ursprüngliche Formatierung lassen wir. Wir wollen nämlich die neue Formatierung mit diesem Tabulator. So, was heißt denn hier jetzt ursprüngliche Formatierung? Was soll das denn jetzt? Ich mache jetzt einen Absatz. Und mache hier alle löschen. Okay. Und schreibe rein. Bitte ausfüllen. Und mache hier meinen Tabulator. So zum Beispiel. Zack. Und siehe da. Ich habe nur einen Tabulator hier. und kann den verschieben. Und hier oben dagegen habe ich 1, 2 Tabulatoren. Für den ganz linken brauche ich keinen. Jetzt kommt der große Trick. Aufgepasst, mitgemacht, Umschalt, Eingabe. Was ist passiert? Ich habe hier so einen kleinen Pfeil. Das nennt sich ein Pfeilenumsprung. Wir erinnern uns, das war die Abfahrtsmarke. Das ist der Pfeilenumsprung. Und in dieser Pfeile habe ich genau die gleiche Formatierung wie da oben. A, B, C. Und die sind genau darunter angeordnet. Sie sehen, hier hatte ich mittig eingegeben und das B ist mittig unter Option 2. Hier hatte ich Anschlag links. Das heißt, das A ist wirklich an der linken äußeren Kante. Und hier hatte ich Anschlag rechts. Das heißt, das C ist wirklich mittig an der rechten Kante. Wenn ich das jetzt ändern würde, würde sich auch Option 2 verändern. Es sei denn natürlich, ich gehe hier auf Entfernen, mache stattdessen einen Absatz rein, verändere jetzt meine Tabulatoren und sage, die sollen bitte alle zentriert sein. Der hier ist auch zentriert. Okay. Und dann füge ich noch einen ein. Einen zentrierten Absatz. Hier. Und den hier verschiebe ich auf hier. So. Und schon habe ich meine Buchstaben mittig. Dann brauche ich allerdings hier vorne auch einen Tabulator. Tabulatoren können so klein sein, wie sie wollen. Aber nicht null. Mindestens so ein halbes muss ein Tabulator immer haben, sonst klappt es nicht. Sonst springt er um. Das heißt, der Tabulator springt immer bis zum nächsten solchen Häkchen. Und macht dann das, was da steht. Nächster Punkt. Haha, automatische Formatierung. Wir sind wieder bei der Überschrift. Ach ja, das wollte ich noch zeigen. Gehe hier drauf um Schalt Eingabe Zeilenumschwung und hier ist immer noch Überschrift. Das heißt, ich kann sogar innerhalb einer Überschrift einen Zeilenumbruch machen. Wenn ich dagegen eine Absatzmarke setze, kommt danach wieder automatisch normaler Text. Auch das ging vorhin bei unserer von Hand formatierten Überschrift nicht. So, jetzt sind wir aber entwürdig beim nächsten Punkt, bei den Sonderzeichen. Für die Sonderzeichen brauche ich jetzt wirklich meine Bildschirmtastatur. Es gibt im Französischen zwei Akzente und die TREMA, das so ähnlich wie die Ö-Pünktchen über anderen Buchstaben, und das CCD. Das heißt, wenn ich jetzt das Wort ELEVE schreiben möchte, ja, ist doof, ne? Hier muss ein Akzent drüber. Also mache ich das anders. Ich tippe. Akzent, Akzent, aigu heißt er, Akzent nach rechts oben. Klick, nichts passiert. Jetzt auf das E. Zack, das E hat einen Akzent. Wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hier mache, das geht nicht, das W kann keinen Akzent drauf haben. Zumindest nicht, solange ich nicht irgendwelche interessanten Sonderformate habe. L, jetzt, Umschalt, hier oben steht jetzt der andere Akzent, der wird jetzt hier auch hell angezeigt. Akzent, Grave, E, V, E. Damit gehen wir kurz in die Pause und machen nachher weiter. Und nach dieser kurzen Pause geht es weiter. Ihr habt von der Pause nichts mitgekriegt, ich schon. Weitere Sonderzeichen, das CCD. Jetzt brauchen wir wieder die Bildschirm Tastatur, ich schiebe die mal nach da oben, dann sieht man unten, wie ich schreibe. Ein einfaches C bringt uns natürlich nichts. Was wir brauchen, ist Steuerung, Komma, C. Nochmal, Steuerung, wenn ihr das an der Tastatur macht, müsst ihr die Taste gedrückt halten, Komma, jetzt beide loslassen und ein C tippen. So geht es mit der Tastatur, das habt ihr jetzt nicht gesehen. So, dann haben wir noch unser E. So, das ist die Cedille. Jetzt wollen wir das Wort Weihnachten schreiben. Noël, wie man es nennt. Jetzt haben wir wieder ein Problem, jetzt müssen wir zwei so Pünktchen da drauf kriegen. Gerne muggeln ja die Leute und schreiben so, aber da lacht euch jeder Franzose aus. O, Steuerung, Vorsicht, jetzt wollen wir einen Doppelpunkt machen, das heißt, wir brauchen Steuerung, Umschalt, wir können jetzt hier den Doppelpunkt machen, also Steuerung, Umschalt, Punkt, beziehungsweise Steuerung, Doppelpunkt, wenn man es so sieht. Und jetzt kommt das E und jetzt hat das E zwei Punkte. Man kann auch relativ viele Buchstaben so ein für die drauf machen, zum Beispiel auf A, äh, Quatsch, Steuerung, Umschalt, Doppelpunkt. A, Steuerung, Umschalt, Doppelpunkt. O, Steuerung, Umschalt, Doppelpunkt. U ist eh klar, Steuerung, Umschalt, Doppelpunkt. I, Steuerung, Umschalt, Doppelpunkt. J, macht er nicht, das mag er nicht, er macht ein normales J. Ebenso natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein M möchte oder so, das geht auch nicht. Er macht ein normales M, er macht dann auch keine Doppelpunkte in die Luft wie beim Akzent. So, was uns zum nächsten Punkt führt. Wenn ich jetzt ein Apostroph möchte, da müsste einer rein, Lapostroph. Es kommen ganz viele Leute auf die grandiose Idee, ich mache einfach so einen Akzent und ein Leerzeichen. Klappt ganz gut manchmal. Ja, das ist gar nicht akzeptiert oder ich muss dann auf zwei drücken oder so, also ganz gut ist hier relativ. Schaut euch mal die Taste an Leute. Hier ist oben dran auch noch mal so ein Strichlein. Das nehmen wir. Umschalt, Apostroph, zack. Man sieht auch einen deutlichen Unterschied im Aussehen. Seht ihr es? Dieser Akzent, der ist so komisch schräg und der hat sehr viel Abstand. Der Apostroph ist dagegen wieder das sprichwörtliche Hochkomma. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Sieht man es jetzt? Da, Hochkomma und einfach nur so ein schräger Strich. Der Apostroph sieht viel besser aus und das ist auch der, den wir brauchen. Umschalt, Apostroph, so geht das. Das ist der Apostroph, der ist hier über der Kreuztafte. So, damit sind wir quasi durch. Wir haben den Apostroph, wir haben die Akzente, wir haben die Tremata. Dann haben wir noch als letztes die französischen Anführungszeichen. Da wird es jetzt schwierig. Es gibt auf vielen Computern die Sonderfunktion über diese Tasten hier. Das heißt, wird automatisch zu französischen Anführungszeichen. Ist bei mir jetzt nicht eingestellt. So ist aber die einfachste Art es von Hand zu machen. Und dann entsprechend hier haben wir schon das Problem. Nochmal Umschalt fürs Zweite. Sieht relativ ähnlich aus. Ebenso gibt es die Möglichkeit, wenn ihr nicht auf automatische Formatierung gestellt habt oder auf Englisch, dass ihr einfach Anführungszeichen macht. Anführungszeichen Umschalt Anführungszeichen Bonjour Umschalt Anführungszeichen Weniger üblich in Frankreich. Viele Französischlehrer unterringen sogar. Für Englisch natürlich perfekt. So gehört das. Das Anführungszeichen das auch vorne hochgestellt ist, ist aber im Französischen akzeptabel. Das Einzige, was nicht geht, ist das Deutsche, das hier unten wäre. Oder dritte Möglichkeit, ihr stellt bei der Rechtschreibkorrektur ein, muss ich hier wieder die Tastatur verschieben, dass ihr in Frankreich seid. Los geht's und jetzt haben fast alle Computerprogramme automatisch drin, dass wir jetzt automatisch die französischen Anführungszeichen machen, wenn ihr auf normale Anführungszeichen geht. Das heißt, auch hier Umschalt Anführungszeichen und sie kommen automatisch. Da ist jetzt noch so ein weiteres Geheimzeichen, dieser Kringel hier. Das ist ein sogenanntes geschütztes Leerzeichen. Den gibt's auch im Französischen, wenn ihr ein Ausrufezeichen macht oder ein Doppelpunkt immer, also jetzt nicht in dem Sonderzeichen, Vor vor diesem Zeichen steht im Französischen ein Leerzeichen. Ich mache euch mal hier die Sachen unsichtbar. Da seht ihr, da ist ein Abstand drin. Dieser Abstand ist typisch Französisch, den gibt es im Englischen und Deutschen nicht. Im Englischen und Deutschen habt ihr einfach das Ausrufezeichen direkt hinten am Wort dran. Ist auch was, wo man bei der Formatierung drauf achten muss. Das geschützte Leerzeichen begegnet euch auch sehr oft, wenn ihr zum Beispiel von Online-Seiten Text kopiert, Inhalte kopiert. Macht man in der Regel mit Umschalt, Großschreibtaste, Steuerung, Großschreibtaste oder Steuerung, Umschalt, Leertaste. So ist es bei mir zum Beispiel. Steuerung, Umschalt, Leertaste, macht diesen Kringel als geschütztes Leerzeichen. Das festen Abstand, was beim Leerzeichen je nach Schriftart eventuell nicht gegeben ist. Es ist ansonsten, ja, braucht man es nicht zwingen zu können, aber es gehört dazu. So, und dann sind wir beim letzten Punkt, das sind die Umbrüche. Die Umbrüche, ihr kennt schon eines, nämlich den Zeilenumbruch. und jetzt gehen wir auf Umschalt, Eingabe, das ist der Zeilenumbruch, dann kennt ihr die Absatzmarke, Eingabe, ihr seht jetzt hier zum Beispiel einen größeren Abstand, weil ich hier eingestellt habe, Abstand nach Absatz, wenn ich den jetzt wegmache, Moment, hinklicken, Abstand nach Absatz entfernen, rutscht es näher ran. Das heißt, wenn ich einen längeren Text habe, habe ich bei den Zeilenumbrüchen nur den normalen Zeilenabstand, bei den Absätzen den Abstand nach dem Absatz oder davor. So, und dann gibt es noch weitere, es gibt nämlich, in der Regel bei Seitenlayout, Umbrüche, einen Seitenumbruch, wenn ihr eine Tabelle habt oder einen zweispaltigen Text, einen Spaltenumbruch, das da ist ein bisschen komplizierter, da müssen wir mal ein eigenes drum machen und Abschnittsumbrüche, die sind dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel an einer Seite mit den Seitenrändern was gemacht habt und wollt, dass es auf der nächsten Seite anders ist. Ein Abschnittsumbruch fortlaufend braucht ihr zum Beispiel, wenn ein Teil eines Textes Zeilennummern haben soll und der Rest aber nicht. Genau. Was fehlt noch? Eines fehlt noch bei den Sonderzeichen. Für kompliziertere Sachen geht ihr auf Einfügen, Symbolen und habt hier die verschiedenen Symbole. Bitte beachtet, es gibt auch Schriftarten, Symbolschriften, die man noch zusätzlich importieren kann. Bei mir ist zum Beispiel noch phonetisches Alphabet drin. Grundsätzlich habt ihr hier jede Schrift drin, die auf eurem Computer installiert ist und manche Schriften sind reine Symbolschriften, andere sind normale Schriften, die auch Symbole können. Viele Schriften, gerade die jetzt irgendwie besonders sind, können fast keine Symbolschriften. Symbol ist so ein klassisches, was fast alles kann. Auch hier allerdings kann mein Computer hier eine ganze Reihe von Symbolen nicht darstellen. Das sind so die kleinen Risiken des Alltags, da muss man aber zum Teil wirklich googeln, warum wird etwas nicht angezeigt. Wichtig, hier drüben gibt es nochmal die Sonderzeichen, den langen Strich, den halblangen Strich, den kurzen Strich, ein bedingter Trennstrich, kann bestimmte Autoformatierungen, die Abstände, ein M Abstand, das heißt so viel Abstand, wie ein M bereit ist, N Abstand, ein Viertel M Abstand, geschütztes Leerzeichen, Copyright und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man einfügen kann und man kann sogar noch später Tastenkombinationen machen. So geheime Zeichen mache ich aber heute im Tutorial nicht. Grundsätzlich, bitte merkt euch, Word kann deutlich mehr als das Auge sieht und es lohnt sich gelegentlich mal zu googeln, Tutorials anzuschauen, sich da noch weiter einzuarbeiten. Die wichtigsten Begriffe hier sind Achtung, kommt noch ein letzter Trick, Umschalt, Steuerung, L, Ach komm, ne ich mach's mit der Tastatur nicht, ich drück's hier, zack, Liste. Die wichtigsten Begriffe sind Bedingte Formatierung, das ist das, was ich mache, wenn ich hier drauf drücke und sage, das ist jetzt Text oder Überschrift oder sonst irgendwas, Untertitel intensive Hervorhebung. Das Gegenteil, oh, was ist denn hier los? Ach ja, ich habe meinen zweiten Rang verstellt. Das Gegenteil wäre die direkte Formatierung. Die direkte Formatierung sagt, genau das hätte ich gerne in Schriftgröße 18 und hellgrün, warum auch immer. Und außerdem das M Fett und das A Kursiv und das C unterstrichen. Das ist direkte Formatierung. Bedingte Formatierung heißt, aller Text bekommt, also normalerweise ein ganzer Absatz, bekommt eine Eigenschaft zugewiesen, die dann mit einer Formatvorlage zusammenpasst. Nochmal in Wikipedia nachlesen. Wichtig, Begriffe merken, direkte Formatierung löschen. So, dann Fondertzeichen und ja, Autokorrektur. Das sind so die Begriffe, die man sich heute merken sollte bei diesem Tutorial. Denkt dran, schaut euch mal gelegentlich die Tastatur an. Da sind viele Sachen drauf, die man nicht braucht und viele Sachen, die man aber sehr wohl braucht und die auch sehr nützlich sind. Dann, danke fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch was gebracht und bis zum nächsten Tutorial.